hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal danke dass sie mal wieder eingeschalten habt und sorry auch an der stelle noch mal für die verzögerung ich hatte nämlich zwischendurch ein special video vorbereitet und hatte mir da gedanken gemacht was ich da machen soll wegen den 200 follower danke dafür auch noch mal an der stelle an die 200 follower die wir jetzt geknackt haben oder die ich jetzt geknackt habe mit euch mit eurer hilfe also danke dafür für die ganzen follows weiter verloren weiter abonnieren freut mich mega sport mich an dass ich weitermache und macht mir mega spaß und damit sehe ich auch dass es euch spaß macht vor allem dass es euch gefällt was ich hier verzapfe und damit kommen wir auch schon zu dem neuen video nämlich zu einem auto die video zu selbst factory das soll jetzt sozusagen auch ein bisschen das jubiläums video sein für die 200 follower weil es auch ein bisschen umfangreicher ist genau folgendes ich habe hier schon ein bisschen was gebaut ich wollte euch mit cheat engine mit hilfe von cheat engine zeigen wie man hier sozusagen auslöschen so dass ich schon mal ein bisschen rum getestet wie man hier sich items cheaten kann und erst mal vorneweg man kann sich im grunde alles cheaten was man irgendwie in seinem inventar packen kann das hier schmeiße ich mal eben weg weil das brauche ich nicht was man irgendwie sein inventar packen kann sei es erz sei es irgendwelche endprodukte oder irgendwelche anderen items wie zum beispiel hier inhalatoren irgendwelche gegenstände wichtig ist natürlich wenn der gegenstand sich nicht decken lässt also wenn es von dem gegenstand immer nur einen stack gibt sprich wie zum beispiel so ein suit oder hier so ein sohn dieser nahkampfer für motorsäge das lässt sich natürlich nicht vervielfältigen weil das deckt sich nicht das heißt wenn ich da mehrere stück von machen werden die immer in einem neuen slot angelegt damit geht es nicht aber alles was stackable ist heißt was hier so eine zahl mit drin trägt das kann ich dann auch vervielfältigen und jetzt gehen wir mal hin und ich habe schon ein bisschen was vorbereitet habe hier eine kiste mit ein bisschen stahl drin man kann in der kiste cheaten also das geht überall sei es jetzt so eine normale storage box sei es so ein riesen container hier der da darin geht es auch ich kann aber auch das werde ich hier auch da mal demonstrieren ich kann aber auch hier in einem und einer ganz normalen constructor oder assembler kann ich auch cheaten geht natürlich auch bei allen anderen geräten auch foundry miner was noch nicht geht wasser kann ich noch nicht schieben damit ich noch dran das rauszufinden aber alle anderen der miner smelter geht alles ist alles kein problem ich zeige es jemanden vom constructor wird natürlich auch mit dem assembler gehen muss man halt dann zwei schritte machen wir waren er zwei eingänge hat wir müssen halt einfach so rechnen für jeden eingang müsst ihr halt einmal schieten und wenn das jetzt zwei sind dann zweimal wenn es vier sind später dann vier mal genau lange räder kurzer sinn man kann eigentlich alles vervielfältigen was man möchte ich nehme mal die container eben hier wieder weg weil es egal ob es jetzt so ein kleiner container so eine kleine box ist oder ein großer container wichtig ist ja dass wir geht willkommen wichtiger hinweis oder kleiner hinweis nebenbei es ist am optimalsten wenn es eine ungerade zahl ist gerade zahlen denn deswegen problematisch weil wenn ich ich muss um den um das item zu finden oder besser genauer gesagt den slot zu finden muss ich das teil immer halbieren also mit rechts kann ich ja den den stacks splitten hier mit rechter maustaste und dabei entstehen natürlich jetzt wieder zwei gleich große wenn sie aber eine ungerade zahl ist und ich den stack dann habe ich 27 26 also zwei unterschiedliche zahlen zwei unterschiedliche werte und damit lässt sich natürlich viel viel einfacher suchen als wir wenn ich jetzt hier jetzt also ein stack habe den ich so teile 50 50 da muss ich natürlich wieder hingehen den irgendwie so teilen dass ich am ende hier den wert raus bekomme die zwei unterschiedliche sind natürlich darf dieser hier auch nicht irgendwie doppelt vorkommen das heißt wenn ich das jetzt zweimal mache also zum beispiel und ich am ende sowas habe dann suche ich nach 75 habe aber hier genau noch mal einen gleichen stack das muss nicht mal ingot sein das kann auch hier irgendwie ein kabel sein ja dass ich das hier irgendwie teile so so und dann produziere ich auch jede 75 und dann suche ich nach 75 75 dann ist die halt auch da dann findet er die zweimal kann vorteilhaft sein kann nachteilhaft sein ich sehe es als nachteil deswegen macht so dass es ungerade ist dann ist es auf jeden fall eine schöne zahl mit der man arbeiten kann vor allem die man leichter finden kann gut dann legen jetzt einfach mal los cheat engine suchen wir jetzt nach unseren 53 ich fange jetzt erst einmal an mit da habe ich natürlich vergessen die das spiel auszuwählen so suche man nach der 53 gibt es natürlich jetzt nicht viele guten paar wird er trotzdem finden weil die 53 wert gibt es auch ein paar mal also in der welt an sich welche pflanzen irgendwelche koordinaten irgendwas farbwerte et cetera et cetera ist für uns egal wir filtern ja immer wieder das heißt ich bitte den jetzt habe jetzt meine 27 und 26 wichtig ich muss immer in dem slot jetzt muss man ein bisschen umdenken ich muss immer in dem slot suchen indem ich auch initial gesucht habe das heißt wenn ich jetzt nach der 26 suche wird meine suche ins leere laufen das funktioniert nicht sprich wenn mein stack auf dieser position also auf der dritten von links war hier zweite reihe 123 wenn er da war da war meine 53 vorher muss ich auch da weiter suchen also suche ich jetzt da nach der 27 und da finde ich sie auch schon da ist sie und jetzt ziehe ich die nach unten entweder so per drag and drop kann ich die nach unten ziehen oder einfach mit einem doppelklick oder und ich schmeiße die noch mal alle raus so entweder mit dem doppelklick oder eben mit rechtsklick kann man machen wie man will hauptsache landet da unten so jetzt markiere ich mal beide und wähle mal und jetzt ist ganz ganz wichtig damit dieser cheat funktioniert dürft ihr nicht über das das deck maximum hinausgehen weil ich kann auch hier zum beispiel 200 eingeben da hat der stack wirklich eine größe von 200 das problem ist ich kann hier nicht wie den hier zum beispiel den kann ich ja immer noch ganz normal halbieren den hier auch aber ich kann jetzt nichts hinzufügen ja ich könnte jetzt auch hier da das kann ich jetzt zusammenfügen das auch wieder geht aber den hier kann ich nicht teilen weil das etwas ist so das ist ein stack der größer als 200 ist passt für ihn somit nicht und ich kann hat ihn auch nicht was hinzufügen so dass er größer wird also das war ja über stack größe ist das heißt damit kann dann auch nichts anfangen das heißt aber was ich da machen kann ich kann das ausnutzen indem ich jetzt hier diesen value auf genau auf die stack größe ändere auf die 100 warum der jetzt hier so komisch rumspringt verstehe nicht aber er hat es angenommen jetzt nehme ich hier die die 100 und ganz wichtig halt springt er hier so komisch rum lösche ich den da raus weil der irritiert mich gerade so dann setze ich den hier auf active was das bringt früher hieß das hier freeze jetzt haben sie es hier in der neuen version auf active oben benannt soll egal sein einfach hier das kreuzchen setzen und damit ist dieser wert jetzt eingefroren und jetzt kann ich folgendes machen das kann ich hingehen und einfach immer wieder mit dem rechtsklick neue stacks erstellen ohne dass dieser hier sich verbraucht der bleibt immer gleich große idee für ich erstelle jetzt gerade lauter 50er stacks die ich dann wieder zusammenfügen kann und ganz wichtig wenn ihr fertig seid direkt dieses active wieder rausnehmen einmal auf sort drücken fertig und damit seid ihr fein raus weil sonst das ist mir vorhin passiert bei der vorigen aufnahme schmiert das spiel ab irgendwann dann stürzt es einfach ab weil er diesen eingefrorenen wert nicht mehr editieren kann selber oder aktualisieren kann wie auch immer dann spielt das spiel einfach ab was ich dann da anbietet ist im inventar kann man das auch machen bietet sich da vor allem an wenn man dann über stack größe geht dann muss man nicht mehr fünf stacks zum beispiel cement mitnehmen wenn man weiß ich brauche jetzt eine zehn kilometer große plattform dann nehme ich einfach einen stack macht den auf irgendwie 50.000 und jetzt achtung ganz ganz wichtig ich zeige ich demonstriere das jetzt einfach mal anhand von nehmen wir mal den cement nehmen wir mal hier diesen diesen 500er stacks cement mache ich jetzt mal eine neue suche new 500 also das ist jetzt sozusagen der nachteil wenn man über stack größe geht das kann nämlich dann passieren da gibt es nämlich genau einen ja zustand wo das wo das halt nicht optimal ist so jetzt gehen wir mal eben hin nehme ich mein inventar und teile den hier jetzt habe ich zweimal 250 das macht nicht ich teile den hier nochmal dann habe ich die 250 nur einmal so jetzt nehme ich suche ich nach 250 next warum finde auch nur einen eigentlich müssen zwei sein aber anscheinend jetzt hier findet ihr wirklich nur einen legt den da nach unten und kann damit jetzt ganz wichtig kann jetzt zum beispiel den stack machen der größer als 250 ist ich mache jetzt einfach mal schätze es aber 2500 das ist schon viel jetzt habe ich aber das problem die kann ich jetzt auch schön zusammenfügen die kann ich hier auch noch zusammenfügen das ist auch noch alles kein problem jetzt schmeiße ich mal kurz diesen ein diesen stack hier mal raus so was jetzt passiert nichts aufs fort drücke passiert auch noch nichts weil er ist ja über stack größe macht da auch noch nichts alles wunderbar wenn ich jetzt auch etwas baue ja jetzt nehme ich einfach mal hier eine foundation und macht da einfach mal ein paar so zack baue die da hin dann nimmt er die sich auch hier von dem jetzt zum beispiel weg wenn ich jetzt aber etwas abreiße dann teilt er den stack auf warum jetzt ist hier eine kiste entstanden irgendwo ich meine hier unten irgendwo in der nähe müsste jetzt irgendwo so eine kleine kiste entstanden sein weil ihr seht der stack hat wieder die größe 500 angenommen und er hat die hier mir aufgeteilt warum macht er das weil beim zerlegen steht auch da foundation ein meter und dann sieht man da unten steht dran was ich zurückbekomme fünf zement und zwei platten und sobald er den stack addieren will also etwas hinzufügen will kann er das ja nicht mehr weil er größer ist als 500 also größer als die maximale stack größe ist und damit teilt er ihn dann automatisch in so viele auf dass er es halt hinzufügen kann also er macht dann nicht einfach eine neue stack obwohl man noch slots frei obwohl ich noch slots frei habe hätte er einfach hier einen neuen stack oder es einfach da hinzufügen nein er fügt es dem hinzu der ja hier der ganz der allergrößte ist warum auch immer spiellogik macht er aber so und wenn er das hinzugefügt hat geht es ja nicht 2500 kann er nichts mehr hinzufügen weil es ja größer als 500 also teilt das auf und hat das das gemacht hat das hier aufgeteilt und hat dann entsprechend da die vier oder fünf säcke noch hinzugefügt und damit ist die 2500 weg deswegen empfiehlte sich nicht das zu groß zu machen weil sonst das ist mir passiert ich habe da mal irgendwie so 500.000 eine halbe million gemacht und dann so eine kleine kiste erstellt weil es dann noch nicht mehr in mein inventar gepasst hat da so eine kleine kiste erstellt und da war da wirklich jetzt kommt es da waren da wirklich 500.000 zement drin ich mache das jetzt einfach mal nur zu demonstrationszwecken dass ihr das mal seht so jetzt habe ich hier wieder meine 500 jetzt mache ich da wirklich mal einfach 500.000 draus so funktioniert noch also der der solange da in diesem slot sich nichts verändert solange ich das nicht verschiebe dieses item also ich darf das auch nicht irgendwie in den inventar selber verschieben oder da etwas anderes hinlegen solange dass ich das nicht mache passt das wunderbar kann ich immer wieder hochsetzen jetzt habe ich hier 500.000 so viel slots habe ich hier halt nicht und jetzt zerlege ich wieder was bam jetzt hat er na jetzt hat er mir das wieder resettet mein inventar ist voll das müsste eigentlich irgendwo das habe ich noch nicht gepeilt wo da da ist die kiste runter gefallen da hat er jetzt eine kiste erstellt und jetzt schaut mal was in dieser kiste drin ist 500.000 zement die ich auch nutzen kann die sind jetzt wirklich da die kann ich rausnehmen ja das problem ist zu dieser kiste kann ich jetzt aber auch nichts mehr hinzufügen sprich ähm weil die ist begrenzt die hat jetzt eine feste größe nämlich 500.000 oder 499.995 und ja der kann ich jetzt aber auch nichts mehr hinzufügen klar kriege ich jetzt so eine mega kiste aber sobald ich natürlich alles rausnehmen verschwinde diese kiste wieder ist auch gut weil die kann man nicht könnte man sonst nicht bewegen gar nichts ähm wie immer das wieder los wird ist auch ganz einfach einfach hier eins nehmen und mit steuerung also erst die steuerungstaste gedrückt halten und dann das hier nehmen und hier rechts in den diesen mülleimer ziehen bam und dann ist es weg ähm weil sonst kriegst du diese kiste nie wieder weg und so kann man die bereinigen deswegen war mir das auch wichtig dass ich das noch zeige ähm das ist eine so kann man hat auch cheaten was ich jetzt aber zum beispiel auch noch zeigen wollte man muss ja sonst immer die leitungen also das ist jetzt der dritte part der dritte teil deswegen das wird ein bisschen länger deswegen habe ich hier vorhin das bisschen dieses ganze eisen gecheatet nicht dass ich es bräuchte aber gott ich schmeiß mal eben kurz die ganzen dinge hier auch weg weil die gerade mein inventar zumüllen ist ja nicht so dass ich nicht jederzeit was neues produzieren könnte und ich habe ja noch genug ähm also dieses über limit cheaten prädikt sich nur an wenn du weißt okay jetzt bin ich nur am bau nicht aber dann darf man kein bisschen egal was darf man nicht abreißen man kann dann auch mehrere sachen also ich kann dann wirklich so hingehen slot 1234 da in dem einen ist keine ahnung eisen äh stahl eisen kupfer und dann noch meinetwegen äh sulfur oder was auch immer drin oder kohle die cheat ich mir so cheat ich hoch gehe ich mache ich bei jedem stack mache ich 500.000 solange man dann nur raus nimmt also immer nur etwas entzieht minus macht passiert gar nichts dann reduziert er den stack einfach und alles ist gut sobald man aber was hinzufügt also abreißt ist es vorbei dann zerteilt er den und dann ist der stack wieder auf normalgröße und darauf muss man einfach unbedingt achten weil das ist ja nicht gefährlich passieren kann ja nichts im worst case entsteht halt so eine kiste ähm aber dann stelle ich die und dann hat man die ressourcen immer dann sind die plötzlich weg und dann denkt man sich ich hatte doch gerade eine halbe million wieso ist es weg weil du was abgerissen hast genau darf man halt dann nicht machen so jetzt nehme ich habe ich hier habe ich hier genau hier habe ich noch diesen stack mit 100 ähm dann ich nehme jetzt aber mal einen zweiten jetzt gehen wir mal in diesen constructor rein und jetzt mache ich einfach mal scherzes halber mache ich jetzt mal so eine so ein großes deutsch container hier hin so verbindet die mal eben miteinander mit so einem zu einem conveyor belt aber ohne zu leitung wie mache ich jetzt die zu leitung ich gehe in die maschine rein und kann auswählen was sie mir produzieren soll zum beispiel sie sollen ja steel pipes herstellen ja weil ich die gerade brauche sind mangelware okay so jetzt will er hier ja das waren von links so gesehen hier in den eingang äh steel ingots einfügt wir müssen jetzt mit dem förderband rein aber was ich auch machen kann gut power hat er jetzt keine das ist aber auch egal ähm dann gehe ich hier hin schmeiß die da rein und jetzt kann ich die in der maschine und das ist das mega das ist der große große vorteil von diesem cheat weil ich kann das in jeder jeder wirklich jeder maschine machen außer jetzt beim wasser da habe ich noch nicht raus aber bei allen anderen maschinen bohrer assembler konstruktor egal was raffinerie maschinerie egal was fabrik kann ich bei allen machen ich gehe dann hier rein habe jetzt da die 100 jetzt fragt ihr euch wie teil zerteile ich da den ganz einfach ist ein kleiner trick dabei den zeige ich jetzt so wir suchen jetzt mal wieder nach unserer 100 nach unserem wert so die 500 da unten die schmeiße ich jetzt erstmal wieder raus so und ich hatte ja erklärt dass er diesen stack ja nicht zerlegt solange nur was entnommen wird und das macht die maschine die entnimmt ja nur voraussetzung dafür ist aber wieder ich habe keine zuleitung da muss man wirklich konsequent dann hier hoppla was habe ich jetzt gedrückt habe ich meinen browser gestartet das wollte ich nicht dass ich hier keine zuleitung machen also es muss wirklich so einfach den konstruktor hinstellen und dahinter einen ausgang machen fertig mehr braucht die maschine nicht power braucht natürlich auch noch strom ganz klar den kann man nicht aus der luft zaubern so jetzt nehme ich die 100 und nehme die jetzt wirklich mal aus der maschine raus das ist kein problem zerteile den stack hier füge den verkleinerten stack wieder da ein und kann jetzt wieder nach der 50 suchen hier spielt keine rolle weil den 50er stack habe ich zwar bei mir im inventar aber nicht in der maschine und ich suche hier den stack in der maschine und da der sich gerade von 100 auf 50 und da das der einzige ist wird auch dass das einzige sein was das findet nämlich direkt beim bei der ersten filterung finde ich direkt zwei werte mit 50 und jetzt kann ich hingehen und die kann ich jetzt gefahrenlos oder ohne dass was schlimmeres dabei nachher passiert einfach auf 500.000 anheben die übernimmt da jetzt auch so wenn ich jetzt eine maschine strom zuführe mache ich jetzt einfach mal kann ich jetzt dahinter bauch jetzt einfach mal hier so ein so ein biomass burner dahinter den kann ich übrigens auch dann habe ich hier so ein stack biomass schmeiße ich da rein gehe meine cheat engine macht das gleiche wieder so ziehe den wieder da raus zerteile den schmeißt die 100 da rein suche nach 100 reicht noch nicht dann zerteile mal den hier und fügen jetzt auch die 90 hinzu suchen nach der 190 filtern warum es nur noch zwei werte übrig jetzt nehme ich wieder die beiden verändere die auch wieder auf 500.000 beim übernimmt er auch so jetzt brauchen noch eine connection gebe ich ihm natürlich sagt und jetzt arbeitet das und jetzt baut er diese 500 was läuft das wirklich so lange bis diese 500.000 verbraucht sind und jetzt ist da ein stack hier 500.000 stahl drin ohne zuleitung ohne ein bohrer ohne was abzubauen ich kann da einfach so ein stack reinschmeißen und er produziert mir jetzt am laufenden band die ganze zeit ohne dass es irgendwie knapp wird ohne dass es irgendwie stockt oder irgendwie aufhört weil solange dieser bio burner strom produziert läuft dieser constructor oder alle constructor die ich natürlich daran hänge das heißt da kann ich dann auch weiter braucht so vier das heißt da kann ich so vier mal vier sechzehn aha so 8 hier ist 20 24 24 28 ja sechs stück sechs stück kann ich dranhängen und dann habe ich da am laufenden band eine eine produktion ohne förderbänder ohne alles ich habe hat hier nun container dahinter wo das jetzt rein läuft und er produziert mir jetzt hier wortwörtlich am laufenden band material einfach aus der luft weil da so ein stack ist und solange dann natürlich nichts hinzugefügt bleibt der stack so wie er ist hier erhalten nämlich er wird einfach nur immer um drei einheiten reduziert bis das halt verbraucht hat und das kann ich mit jedem material machen egal ob es eisen kupfer stahl aluminium katerium also gold sulfur kohle egal mit jedem material kann ich das machen wahrscheinlich auch später mit öl habe ich halt noch nicht werde ich aber dann auch noch ein folgevideo zu machen wenn das dann auch mit öl geht und da braucht man keine leitungen mehr da braucht man nichts mehr da kann man einfach nur sagen hier da sind jetzt eine halbe million einheiten drin in der maschine und die arbeitet die weg und solange nicht zugefügt bleibt hinzugefügt wird bleibt das auch so und ich kann dann einfach in regelmäßigen abständen kann ich dann hier meine pipes in dem jetzt könnte ich natürlich einen schritt weiterdenken und sagen hallo warum multipliziere ich denn die ingots warum multipliziere ich nicht gleich als endprodukt klar aber ich brauche erstmal ein paar also lasse ich von der maschine so keine ahnung 10 15 20 stück erstellen das heißt ich könnte jetzt hier diese 42 pipes nehmen ziehe ich mir hier rüber da sind sie und die kann ich mir jetzt vervielfältigen da gehe ich jetzt hin mache hier so eine kleine kiste schmeißt diese ganzen ingots die ich hier drin habe die kann ich auch ausschmeißen pam so zack na will er nicht hallo mag er nicht okay dann einzeln mag er wirklich nicht jetzt gerade doch jetzt derzeit gemacht genau dann gehe ich jetzt hin schmeißt die da eine kiste rein gehe wieder in meine cheat engine suche nach den 42 antwort auf alle fragen kennt ja jeder und das würde ich empfehlen die werte da unten weil die sich sobald ihr euch von dem objekt entfernt also sobald ihr von dem constructor oder der kiste weg geht werden die immer so auf so komischen drei millionen bla 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 werten stehen die sind falsch ignorieren einfach rauslöschen die sind und nicht mehr gültig die sind nur wirklich nur solange wirklich solange da wirklich der wert drin steht den ihr habt so lange die euch weg bewegt wird da also wie das funktioniert ihr habt ihr hier diese diese adresse das ist die adresse in eurem rahmen so gesehen und an dieser adresse ist jetzt genau in dieser sekunde dieser wert drin und der ist genau für diese sekunde daran und sobald sich in diese adresse irgendwas anderes reinschreibt zum beispiel irgendein anderes objekt irgendein tier irgendein vogel der hier vorbei fliegt und da wird dann diese adresse von diesem objekt eingetragen ist es ungültig so wie der hier wenn er so rum springt direkt rauslöschen könnt ihr nicht mehr verwenden ist vorbei ja braucht ihr auch gar nicht versuchen wenn ihr den editiert dann crash das spiel im worst case und ihr verliert den spielstand will ich nicht für verantwortlich sein lasst es einfach sein löscht es raus wenn es nicht mehr stabil ist es muss ein stabiler wert dann so wie hier das ist eine stabile zahl angezeigt wird die darf nicht rumspringen und dann passt das also jetzt kann man hier noch ein paar mal filtern so ist nämlich wieder dieses deck zerteile den und suche jetzt nach der 21 next und das ist meine 21 und jetzt kann ich natürlich wieder wie ich von angesetzt hat der kann man weiter denken dann tue ich nicht die ingots multiplizieren sondern nur die pipes weil die brauche ich ja verändere die sagt hier okay das sind jetzt keine 21 mehr sondern 2100 ja und jetzt kommt das coole das ist jetzt part 4 das kann man auch machen das ist jetzt der vierte ansatz den man machen kann also man kann entweder in seinem inventar cheaten das ist schritt eins da muss man aber aufpassen dass man dann halt nichts abbaut weil sonst wird das deck aufgebrochen also schlecht in der kiste cheaten dann liegt es in der kiste da ist der nachteil also da kann es nicht verändert werden da kann ich ja nicht hinzufügen also kann ich es auch nicht kaputt machen problem ist es liegt in der kiste komme ich nicht immer ran ich muss immer zur kiste laufen was rausholen schlecht in der maschine cheaten ist auch gut aber da brauche ich natürlich erst mal das vorprodukt das heißt ich muss erst mal das vorprodukt reinlegen dann produziert mir die maschine das was ich haben will aber dann produziert das hat erst langsam das heißt über den weg kann ich mir aber dann das endprodukt vervielfältigen jetzt packe ich das aber wieder in der kiste wieder useless weil liegt in der kiste also was kann ich machen ähm ich kann diese 2100 das kann ich mir auch in mein inventar cheaten oder wie ich es jetzt in der kiste gemacht habe jetzt auch ich nehme jetzt die 2100 und ziehe die einfach mit dem mausteiger festhalten nicht loslassen escape drücken ne moment einfach ne einfach rausziehen und einfach hier draußen aufs freifeld einfach auf die freie fläche ziehen und loslassen was jetzt passiert da entsteht jetzt meine 2100 die ich vorhin gerade eben in cheat engine eingegeben habe das heißt die sind hier raus aus dem slot und derzeit hier draußen kann ich hier draußen im freien ohne eine kiste objekte erzeugen die dann auch entsprechend genau die gleiche größe haben ohne dass die größe resettet wird weil das hatte ich noch vergessen zu erwähnen ich ziehe jetzt mal etwas hier rein hat ja erklärt solange da was drin ist den wert hier kann ich schon wieder vergessen der ist schon wieder fake da sind meine elf ich manipuliere die eben und mache mal einfach schätzes halber mal 50000 raus sonst übernimmt er hier zwar die 50.000 wenn ich die jetzt aber hier im innerhalb der box oder zu meinem inventar verschieben will mache ich jetzt einfach mal dann springt er auf die maximale stackgröße runter dann springt er hier auf 200 runter da passiert also nichts schlimmes der wird nicht aufgebrochen er wird einfach nur verkleinert geschrumpft auf das maximal mögliche wenn ich es auch wieder zurückziehe bleibt es 200 das passiert aber auch wenn ich es innerhalb der kiste verschiebe heißt zum beispiel wenn ich dann irgendwie das hier habe und ich drücke auf sort und er schiebt es von da weg dann wird der slot auch automatisch reduziert auf die maximale stackgröße ähm das ist eben genau dieses dieses manko am ich gehe über stackgröße drüber ähm deshalb hat dieser cheat mit dem ich gehe auf auf die max der größe also auf 200 in dem fall friere das ein und multipliziere es einfach indem ich mit rechtsklick das zerteile dann habe ich lauter halbe stacks das macht aber nichts weil ich hier einen 200er habe dann heißt ich kann 10 stück hundert das text in dem fall jetzt produzieren die dann wiederum mir ja zur verfügung stehen und die kann ich dann einfach nehmen in meinem inventar ziehen und die bleiben ja genauso groß die kann ich dann wieder zusammenfügen in eine andere kiste tun egal ähm das geht dann alles und das geht dann auch ohne probleme und wenn ihr dann sowas habt ihr habt ihr so ein objekt da könnt ihr euch dann hier von diesem stapel einfach mit e zack dann macht er euer inventar halt voll aber dann habt ihr die objekte dann habt ihr 1 2 3 4 5 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 10 mal 200 2100 hat er mir jetzt auch hier wirklich komplett ins Etal gelegt, die hatte ich ja jetzt aufgehoben und die sind da und die könnte ich jetzt wieder nehmen und hier in die Kiste ziehen und dann bleiben die da ohne Schwierigkeiten das wollte ich einfach nur mal gezeigt haben, das geht nicht nur wie gesagt mit dem das geht mit allem, das könnte ich jetzt mit jedem Material machen, würde aber den Arm sprengen einfach nur mal gezeigt zu haben, das geht nicht mit Einzelobjekten, das heißt wenn ich jetzt hier aus meiner Hand wenn ich jetzt hier diesen Xeno-Basher nehme, der hat ja keine Zahl, den kann ich nicht stacken genauso diese Waffe die kann ich auch nicht stacken die hat keine Zahl davor weil selbst bei dem Ding hier, sobald ich das auf unter 1 stacke, hat es ja immer noch eine 1 dastehen das heißt es ist, wenn ich es zusammenziehe stackbar, wenn ich es aber 2 von diesen Bächern habe, sind die nebeneinander, ich kann die nicht zusammenziehen das geht nicht und deshalb funktioniert das bei den Items nicht die muss ich dann produzieren, da ich mir aber die Materialien ja, die ich ja für dieses Ding brauche vervielfältigen kann also beispielsweise jetzt so Oszillatoren und weil ich brauche ich jetzt keine 1.000 Stück, vervielfältige ich die mir oder mache mir die Materialien dazu verbaue einen, den kann ich ja dann vervielfältigen und dann habe ich ja genug davon ist also alles kein Thema geht easy, geht in der Maschine auch mit dem Assembler, da muss ich halt dann zweimal cheaten, wenn ich jetzt hier einfach mal so ein Assembler hierhin stelle das ist jetzt einfach nur, falls ihr noch zuschaut einfach nur mal um es zu zeigen, seht ihr, Rotoren fehlen mir jetzt zum Beispiel da muss ich mir dann gleich ein paar holen, Moment die sind da unten ich meine, die waren hier irgendwo da sind meine Rotoren da nehme ich mir jetzt einfach mal das ist, genau, da kann ich jetzt auch gleich zeigen mit wie wenig das übrigens geht da nehme ich jetzt einfach mal 9 ja, 9 ist, finde ich, eine super Zahl unter zweistellig und ähm, lässt sich super machen also mit 9 geht es schon sobald man 9 Stück von etwas hat geht safe also 7 geht wahrscheinlich auch muss man ein bisschen öfter suchen aber einfach nur mal zu Demonstrationen auch wieder falls ihr noch zuschaut 9 äh, die da unten kann ich alle rauslöschen die braucht man immer so, 9 dann halbiere ich den habe ich 5 und 4 dann kann ich nach 5 suchen dann zerteile ich die 4 füge die 2 hinzu habe 7 dann zerteile ich die 7 habe 4, 3, 2 dann kann ich nach der 4 suchen und da bleiben meine 2 4er so und die 2 4er wobei kann die jetzt sogar hier zusammenfügen so, nehme ich jetzt meine 9 Chain Record Value mache da jetzt einfach mal 500 raus so, wenn ich jetzt da wieder eben hochgehe ja, das Video kriegt jetzt ein bisschen Überlänge auch für die Fleißigen unter euch ihr solltet ja auch was bekommen für die 200 Follows die ihr inzwischen da gelassen habt oder Abonnenten Entschuldigung ähm, ich bin übrigens auch auf Twitch unterwegs also das drehe mich regelmäßig Twitch werde ich vielleicht hier nicht vielleicht das werde ich hier verlinken ähm, und damit Twitch werde ich hier verlinken dann könnt ihr da mir bin ich regelmäßig am Streamen auch Satisfactory aber auch andere Sachen werde ich euch zeigen so, wenn ich jetzt hier in Assembler hinklatsche baue ich jetzt einfach mal einen dann hat der ja 2 Eingänge und das ist das, was ich anfangs auch schon erwähnt hatte wenn der 2 Eingänge hat jetzt müsste ich, würde ich hier sagen okay, ich will Motoren produzieren da brauche ich ja Strator und Rotor ja, so, dann will er hier 2x Rotor und 2x Strator haben das heißt, ich muss natürlich beides einmal mal verändern das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe und ich ziehe das jetzt da rein dann macht, klar, jetzt zerlegt er mir die natürlich wieder beziehungsweise macht er die 100 draus macht aber absolut nichts Moment, ich ändere das kurz wieder ich ändere nochmal kurz den Wert so Change Record Value machen wir mal 800 so und jetzt gehe ich aus meinem ne, gehe ich in mein Inventar ziehe das hier raus und jetzt habe ich hier die 800 dann sind sie da so, jetzt ziehe ich da ein 100er Stack rein kann den natürlich dann wieder manipulieren und dann muss ich das gleich über den Strator machen logisch aber ich muss halt dann zweimal cheaten einmal für die Rotoren einmal für die Strator und dann aber produziert er mir am laufenden Band nonstop Motoren ohne dass ich irgendwie was zuführen muss also ich kann die ganze Zuleitung hier die beiden Zuförderbänder weglassen ich kann das alles komplett weglassen oder was ich auch schon gemacht habe ähm da bin ich aber auch erst später drauf gekommen dass man das dann in der Maschine machen kann dass ich dann hier zwei Container dann zum Beispiel habe ähm genau so das gleiche Prinzip wie hier das nur umgekehrt dass der Container davor sitzt und die beiden Eingänge befüttert und ich in dem Container dieses keine Ahnung 500.000 Einheiten drin habe hat halt den Vorteil wenn ich diesen Container jemals bewege dann behalte ich die ähm oder ja behalte ich auch wenn ich den den Dings den Assembler bewege vergesst das wieder so hat es den Vorteil ich muss weniger bauen ich kann mir den Container wegsparen braucht weniger Platz erstens und ist halt einfacher ich baue das direkt in die Maschine rein da brauche ich mich auch nicht mehr um die Zulettung zu kümmern weil das Problem ist diese Zulettung wenn ich da jetzt nur ein Mark 1 Förderband hinklatsche dann geht das auch nur entsprechend langsam so ist es in der Maschine drin und die Maschine muss es nur verarbeiten und hinten rausschmeißen und dann kann sie es mit voller Geschwindigkeit einfach hinten rauswerfen ja dann kann ich muss ich einfach ein schnelles Band nur hinten dran tun mit wieder mit einfach hier Container Ausgang und fertig und dann habe ich meine Produktion am Laufen geht wie gesagt mit allem bis auf bei der Foundry äh beziehungsweise stopp 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 wo war das bei der Power genau zum Beispiel bei dem Coal Generator habe ich ja das Problem dass da eben hier entsprechend dieses Wasser ich habe zu nach diesem Current Amount in Building habe ich schon mal versucht zu suchen das Problem ist ich finde zwar was aber das kann ich natürlich nicht einfach rausnehmen und halbieren weil das kein Item ist das heißt ich kann zwar danach suchen aber ich kann es noch nicht filtern da bin ich noch dran das wird wie gesagt ein Folgevideo wenn ich das dann vervielfältigen kann dann könnte man zum Beispiel auch so einen Coal Generator komplett ohne Zuleitung das heißt aktuell würde ich hier die Kohle einfach reinschmeißen und könnte die vervielfältigen aber das ist natürlich die halbe Mitte weil Wasser brauche ich ja auch das heißt die Wasserzuleitung müsstet ihr machen das ist aber auch das Einzige weil die Kohle müsstet ihr gar nicht mehr zuführen die könnt ihr einfach reinschmeißen einfach 100.000 Einheiten rein und die Verbrenner dann fertig läuft genau das wollte ich einfach nur mal gezeigt haben und ja falls euch das Video gefallen hat lasst mir ein Like und ein Abo da wie immer danke nochmal an der Stelle für die 200 Abonnenten inzwischen glaube ich sogar 210, 211 ich weiß es nicht ähm schreibt mir auf jeden Fall Kommentare wie euch das gefallen hat ähm mehr oder etwas größeres wollte ich jetzt nicht machen weil vielleicht mal 1000 vielleicht bei irgendwie 5000 oder so mache ich mal irgendwie ein größeres Special aber bei 200 da wollte ich noch kein Fass aufmachen deswegen wollte ich es erstmal bei dem Special Video zu Satisfactory darauf beruhen lassen ähm ich bin jetzt erstmal zwei Wochen im Urlaub danach mache ich vielleicht nochmal ein neues Video also danke nochmal dass ihr eingeschalten habt und wir sehen uns dann irgendwann die Tage Cheerio bis zum nächsten Mal